Seid ihr sicher, dass ihr so überstürzt handeln wollt, grauer Wächter? Seht euch um. Wir können doch bestimmt eine Art Kompromiss erzielen, nicht wahr? Zu schade. Es sieht aus, als müssten wir es doch auf die harte Weise regeln. Ich bitte um Verzeihung. 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 Das genügt! Das genügt! Es scheint, als würdet ihr auch im Ruf gerecht. Ich ergebe mich. Wartet! Hört mich an, werte Dame! Wenn ich die Lebenskraft dieser verbliebenen Sklaven nutzen könnte, könnte ich eure körperliche Robustheit enorm steigern. Wenn ihr mir gestattet, diesen Ort lebend zu verlassen, würde ich euch diesen kleinen Dienst nur allzu gerne erweisen. Ein interessantes Angebot, wenn auch ein wenig unschön. Also, seid ihr an meinem Angebot interessiert? Ja? Dann zieht ihr es vermutlich nicht in Erwägung, mich dennoch gehen zu lassen. Nun, das ist wirklich zu schade, nicht wahr? Es ist gut, das sofort zu erledigen. Wenn mich jemand gefragt hätte, wer wohl als nächstes durch die Tür kommt, hätte ich niemals auf eine Zwergin getippt. Gehört ihr zu denen? Was geschieht jetzt mit uns? Schianni? Hat sie euch geschickt? Lobet den Erbauer! Wir werden eure Hilfsbereitschaft nicht länger beanspruchen. Kommt alle zusammen, wir gehen nach Hause. Kommt alle zusammen, wir gehen nach Hause. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich darum. Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Ah, ihr seid es. Willkommen. Kommt doch herein. Sagt mir, wie geht es danken? Ja, wir sind seit Jahren befreundet. Eurer Mine entnehme ich, dass es schlechte Neuigkeiten gibt. Es schmerzt mich, das zu hören. Ich wusste, dass die Wächter bei Ostagar große Verluste erlitten haben und nur wenige entkommen konnten. Ich hatte gehofft, Duncan wäre einer davon. Er hat hier von Zeit zu Zeit potenzielle Rekruten gesucht. Das mag euch seltsam vorkommen. Aber Duncan wusste, dass große Fähigkeiten manchmal an den unwahrscheinlichsten Orten hervorgebracht werden. Wir haben Ausbrüche der Pest schon während des Krieges mit Orley durchgestanden. Und das tun wir jetzt auch. T. Winters Intervention hätte uns vermutlich ohnehin nicht geholfen. Bitte, nehmt das. Duncan hat es mir vor Jahren überreicht. Ich vermute, ihr habt dafür bessere Verwendung als ich. Vielleicht könntest du es ja mal versuchen. Ich bin erfreut, euch wiederzusehen. Ihr wart so großzügig zu mir und das hier sind auch Veteranen. Ich bin weise. Und, äh, eine Weise. Bitte, Herren, habt ihr ein paar Münzen übrig? Zu freundlich. Wirklich zu freundlich. Möge der Erbauer euch schützen. Lang lebe der gute Sir. Schon gut, schon gut. Was habt ihr gefunden? Es gab im Gesindeviertel kürzlich keine Kämpfe. Dieses Blut gerinnt also nicht. Dafür gibt es mit Sicherheit eine Erklärung. Habt ihr sonst noch etwas gefunden? Das muss ich sofort melden. Solche Infektionen können sich ausbreiten. Selbst von einer Leiche. Ich vermute, dass jemandem das nicht bewusst war. Einen seltsamen Vorfall nehme ich ja hin. Aber zwei können kein Zufall mehr sein. Bringt mich zum Waisenhaus. Beide Hinweise von euch waren dort in der Nähe. Ich spüre hier große Intensität. Intensität. Das ist der richtige Ort. Ich weiß nicht, ob Malefica dafür verantwortlich sind. Aber hier ist zweifellos etwas Böses, Ander. Geht voran. Ich folge euch. Aber selbstverständlich.